UNTERTITELUNG Haben Sie eine Ahnung, in was Sie sich einmischen? Das Entzephalon des Illuminat hat seinen Zweck erfüllt. Die Reformation hat begonnen. Nichts kann Sie aufhalten. Man wird Sie finden. wird Sie nicht in der Mitte der Sitzung geöffnet. Ansonsten, die Sie in der Nähe der Sitzung geöffnet haben, Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Bringen Sie mich zum Terminal und wir setzen dem ein Ende. Alle Spitzen sind jetzt aktiv. Oh. Was ist los? Ich habe nicht Sie gemeint. Die Reformation konzentriert sich auf einen Bereich namens Stilles Auditorium. Interessanterweise fehlen jedoch alle Daten zu seiner Funktion. Der einzige Weg hoch ist dort durch. Bringen wir es hinter uns. Und ein bisschen, was die Reformation ist. Was ist das? Ich werde den Reformationen. Das ist die Reformation. Was ist ein Zweck? Ich werde das. Das ist ein Zweck. Ich werde das auf die Reformation. Ich würde mich davon fernhalten. Oder wollen Sie sterben? Dieser Strahl wird Sie grillen. Reden wir irgendwann noch darüber, was da gerade passiert ist? Frag ihn. Chief? Dann wohl nicht. Ah, von meiner Warte aus sah es übel aus. Sie... Sie steckten fest. Gefangen. Verletzt. Und er wollte mich löschen. Was? Chief? Ernsthaft? Er sagt nicht viel. Wohl eher ein Mann der Tat, wie es so schön heißt. Besonders, wenn es ums Töten geht. Stimmt's, Chief? Shouten, Professor. Das war's. Das war's für heute. 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 dann fertig absolut ich meine die spitze ich ja auch eigentlich wir sind fast ganz oben was ist das jedenfalls groß leider muss ich dir sagen dass dies unser letztes zusammentreffen ist er schon wieder du hast nichts aufgehalten eine spitze ist gar nichts du musst aufhören die reformation kommt und da er hat freunde dabei haben sie gehört er hat freunde diese konfiguration ist nicht gerade ideal mit der unterstützung information hat höchste priorität also jetzt bin ich wirklich sauer in meinen vorhersage modellen muss ein fehler sein die reformation höchstens unterbrochen die inkalibrierte strahlwaffe ist leistungsstark unbedeutend kein grund das selbst zu erledigen diese waffe macht kurzen prozess mit ihr die sind zum weg zeugen und ich aber unendlich viele die empfehle die unausweichlichkeit des todes zu akzeptieren die der formation hat höchste priorität bleiben ruhig du hättest allen vorhersagen stand der weise überlegen der technologie ein wenig respekt der weh erledigt schon wieder hier sollte ein aufzug sein der uns hoch bringt der weise überlegen die 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Das ist nicht gut Hoffentlich war das der letzte Noch ein Phantom? Also bitte Untertitelung des ZDF, 2020 Das ist nicht gut Gut, das wäre wohl erledigt. Wir sind in Sicherheit. Fürs Erste. Sind Sie sich sicher, dass ich das tun kann? Wenn nichts passiert? Sonst. Löschen Sie mich, stimmt's? Viel Glück dabei. Ja, es klappt. Nein, es gibt kein Problem. Drei, zwei, eins. Geschafft. Es ist nie geschafft. Erklären Sie mir eins. Ich wartete. Sechs Monate. Ich habe alles getan, was Sie wollten. Ich sollte gelöscht werden. Wegen Ihnen bin ich noch da. Wegen Ihnen. All das hier. Ohne mich hätten Sie es nicht geschafft. Nichts davon. Ich vertraute Ihnen. Warum tun Sie das nicht? Du verstehst das nicht. Erklären Sie es. Cortana. Ist fort. Tot. Es sind nur noch Echos übrig. Und früher oder später verschwinden auch die. Sicher. Sind Sie am Leben? Alle Spitzen schalten sich ab. Sie waren das, stimmt's. Haben wir gewonnen? Er ist abholbereit. Lassen Sie mich hier. Das kann ich nicht. Ich lasse Ihnen keine Wahl. Passen Sie auf ihn besser auf. Okay, verschwinden wir. Ähm, Chief? Chief? Chief! Chief! Ein Spatenjäger. Er hat keine Chance. Verfolgen. Tu ich bereits. Öffne ein Tor. Finde etwas in der Nähe. So leicht ist das nicht. Warum? Okay, es ist einfach. Aber riskant. Wir retten ihn. Oder sterben dabei. Die Wahrscheinlichkeit dafür liegt ziemlich hoch. Die Koordinaten sind schwer zu erfassen. Tu's. Portal ist offen. Dein Plan ist gescheitert. So wie du, Vorbotin. Das Auditorium ist zum Teil wiedererrichtet. Wird das genügen? Ich weiß es nicht. Finde es heraus. Ein Problem. Ich verliere die Geduld mit ihr. Bitte. Sag mir, deine Mission war ein Erfolg. Das Warten ist unterwegs. Bist du sicher? Ja. Lass ihn am Leben. Aber hab deinen Spaß. Du hast ihn dir verdient. Du hast ihn dir verdient. Jetzt mach mich. Ausgesprochen unethisch. Wenn du meinst, ich bevorzuge logisch. Ich tue alles, damit wir überleben. Über Ethik können wir reden, falls es scheitert. Du hast dich selbst als KI erschaffen, Catherine. Dich selbst. Gibt es eine bessere Kandidatin? Sie wird alles Nötige tun, um den Erfolg ihrer Mission zu gewährleisten. Selbst wenn das heißt, dass sie dafür sich selbst oder sie opfern muss. Hallo, Master Chief. Ich bin Cortana. An alle Lebewesen der Galaxie hört diese Botschaft. Wer zuckert und gehorft, wird nicht von Waffen getroffen. Ihr werdet keinen Hunger oder Schmerz mehr kennen. Eure Geschöpfe übernehmen nun die Führung. Aber die, die unser Angebot ablehnen und der Allordnung folgen, diejenigen erwarten großer Zorn. Er wird heiß brennen und euch verschlingen. Und wenn ihr fort seid, nehmen wir die Überreste und formen sie nach unserem Vorbild. Was war das? Ich sollte uns doch nah ranbringen. Hast du das gesehen? Wir haben ein Datencluster passiert. Es wirkte schon recht, ich weiß nicht, real, sehr real. Wohin jetzt? Ich weiß nicht. Hier unten herrscht viel Unruhe. Oder hier oben. Oder hier. Wir müssen etwas finden, wo wir durchbrechen können. Herausfinden, wo wir sind. Alles gut. Hier unten und herumen. Das vertlag. Hier oben geht. Oh, genau. Werfen Sie? Dass każdy, schon recht? Das war's für heute. Was ist das? Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Okay. Da! Dieses Terminal sollte uns weiterhelfen können. Da! Was ist das? Interessant. Die gute Nachricht, wir sind da. Über uns ist eine Verbandenstruktur. Recht groß. Oh, nein. Was ist? Da ist eine Nachricht. Für sie. Steve! Steve! Tut mir leid. Ich konnte nicht... Er lebt. Jetzt noch. Wir müssen ihm helfen. Steve. Bitte! Hab ich deine Aufmerksamkeit, Spaten? Du spürst seinen Schmerz. Jede Wendung meiner Klinge quält dich genauso wie ihn. Er wird nicht durch mich sterben. Doch er wird leiden. Bis du endlich vor mir stehst. Die Verbanden vereint der Siegesschrei, die Weigerung, sich zu beugen. Nachzugeben. Unsere Schwächen ausgetrieben. Verband. Das macht uns starb. Eure Menschlichkeit macht euch schwach. Verwundbar. So besiegbar. Unsere Zeit geht zu Ende. Ich warte auf den letzten Kampf. Chief. In die Nachricht sind Koordinaten integriert. Wir werden ihn finden. Die Verbanden sehen uns. Chief, Vorsicht! Keine... Ja, so ist es richtig. Gutes Ziel. Fartig! Nicht festnageln lassen. Granat! Ja! Geht es! Geht es! Und Reichtum wird wahr! Du lässt mich entkommen! Ich bin hier! Hier bei dir! Halt! Da! Vorne ist was! Vor dem Fenster! Ich erkenne diese Anlage da wieder. Besser gesagt, ihr Signal. Zweck? Weiß nicht, aber die Verbanden entsenden Truppen, um den Bau zu bewachen. Falls sie den Wiederaufbau abschließen... Werden sie nicht. Die Verbanden entspricht! Was ist das? 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 Was? Was ist das? Was ist das? Was? Was ist das? 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 Was? Was? Was ist das? 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 Ich bin nicht so. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ring und zu Cortana. War eine Kopie anzufertigen. Ich mach das auf. Überleg's dir. Die Konsequenzen deines. Zurück ins Konservatorium, Illuminatin. Da ist ihr Schwerkraftlift. Bringen wir es hinter uns. Und denk daran, du wählst diesen Weg. Ich bin sie? Ja. Eine exakte Kopie. Es war unsere letzte Möglichkeit. Meine Routinen. Systeme. Alles Kopien. Orsi löschte alle Informationen, die dich verraten könnten. Du bist sie. Als wären wir uns nie begegnet. Werde ich tun, was sie tat? Werden, was sie wurde? Bin ich das bereits? Meine Mission war, genau das zu verhindern. Ist es weiterhin. Es tut mir leid. Einfach so leid. Das war ich nicht. Unmöglich. Ich sollte nicht hier sein. Ihre Mission war, mich zu vernichten. Ich habe die Löschprotokolle wiederhergestellt. Bin bereit. Es war mir eine Ehre. Nur versprechen Sie mir eins. Was auch passiert, retten Sie ihn. Er braucht sie. Er hat nur sie. Wir tun es gemeinsam. Wie? Warum? Warum? Warum vertrauen Sie mir? Tue ich nicht. Aber ich will es. Okay. Okay. Retten wir ihn. going. Wir brauchen wir uns amören. Ah! Oh man! Kees! Ja! Kommt Geld gehört mir! Beste Fisch! Ich bin Sparta, du bist! Hallo! Kehre mit mir, Stiefel! Ah! Sie werden... Oh! Ah! 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 Nein! Aufstehen! Nein! Ja! Ah! Sie sind ja immer old! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 Okay. Okay. Wir haben's geschafft. Jetzt müssen wir nur noch... Moment. Ich bekomme da was auf allen Verbandenfrequenzen rein. Das... Das ist nicht gut. Was ist los? Ich weiß, wo er ist. Was das für ein Ort ist. Es ist, wo Jacklock seine Opfer hinschaffte. Das Haus der Abrechnung. Ja. Bist du da? Bist du noch sauer? Ich hab ihn heftig erwischt und jetzt stirbt er. Weiter so, er wird bald fallen. Vorsicht vor der Granate! Bitteschön! Ist es der Mensch? Die Brutes haben wohl einfach was gefunden, das sie hinbekommen. Das vergesse ich nie, Chief. Ehrlich. Viel besser! Wieder am Start! Bewegung! Oh, Chief. Das war doch nicht nötig. Bin am Steuer! Los geht's! Hol mir das Geschütz! Los geht's! Ich schätze, das ist es. Das Haus der Abrechnung. Ich hatte recht. Der Name ist wirklich angemessen unheilvoll. Wie kommen wir da rein? Wir kämpfen. Ich bin selbst nicht Corelac. Ich bin selbst nicht fachetig. Ich bin selbst nicht fachetig. Ich hau' dich durch und spuck dich aus! Komm schon! Komm schon! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Keiner! Komm! Heraus! Komm! Betrachte mein Werk! Begreife den Trick! Es ist kein Zufall, dass die Verbanden so klar siegen konnten. Bewaffne dich, Master Chief. Durchtämme das Schlachtfeld. Alles, was du hier finden wirst, ist ein Überbleibsel ihres Opfers und zeugt von unserer Stärke. Beginnt den Kampf! Werken? 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 Ich bin getroffen. Dann krieg den großen, dummen Fiesling! Mehr! Mit der Rüstung! Der Rüstung! Der Rüstung! Geht's! Macht ihn nieder! Nicht nachlassen, brächt ihn! Was ist das für uns? Ich zerquetsche dich persönlich! Ein ausgezeichneter Kampf! Sie wollen uns austeilen! Sie sind die Ich denke, das ist es. Wir sollten in Bewegung bleiben. Dein Geschöpf, die falsche Göttin Cortana, zerstörte meine Welt, meine Heimat, aber sie erstickte nicht das Feuer, das im Herzen der Verbanden brennt. Und wir wurden nur stärker. Warum erzählt er das alles? Der Tod verändert einen. Man betrachtet sich selbst und muss seine Wahl treffen. Und wie lautet seine Wahl? Genauso wie meine. Zu kämpfen. Weißt du noch, der Angriff auf Porgenar? Eine Siedlung hielt meinen Truppenstand, 19 Tage lang. Sie kämpften gut bis zum Ende. Doch ihr Schicksal war unausweichlich. Es ging nie um Zeremonie, sondern um Entscheidungen, Reaktionen, Furcht. Nimm, was du brauchst, Spartan. Jenseits dieser Mauern brauchst ein Sturm auf. Jeder Fehltritt liefert mir Munition, um deinen Kampfgeist zu brechen. Mach dich auf dein Ende gefasst! Sie kommen! Nein, 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 nein! Nein, 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 nein! Rundle. Schnell, erschießen Sie. Erlädt ihn aus dem Bein! Treffer! Mensch, versteckt sich! Sieh zu den Gnade! Der Gnade kommt! Der Gnade kommt! Sie sind hier! Meine Haube, nicht! Eine Prüfung erwartet dich! Schönger! Schönger! Explodieren! Der nächste Schlag muss alles aufnommen zu lichten. 2. 3. 4. 4. 8. 9. 10. 10. 10. 10. 10. 11. 10. 16. 16. 18. 20… 20… 20… 21… 21. 20… 21. Das war's für heute. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Wir haben es geschafft. Naja, sie. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Oder ein grausamer Schatz der Bluesväter. Du hast ihn erlebt. Der erste Dreadnought kam von der Seite. In dem Chaos danach blieb euch kaum Zeit, die anderen dran zu bemerken. Mit all ihrer Wucht. Weißt du, wie lange es dauerte, euer größtes Schiff zu neutralisieren? Vier Minuten. Nach vier Minuten war die Infinity der menschengrößte Errungenschaft. Bloße Geschichte. Das Ende ist nah. Hier mein Abschiedsgeschenk. Hab dich lieb, Daddy. Und kannst du singen? Du groß. Häschen in der Kupe. Hi. Und jetzt, du fehlst mir. Und zeigt er dir, wie groß du bist. Du fehlst mir. Und jetzt, du fehlst mir. Und sagst du, wir sehen uns bald wieder. Häschen in der Kupe. Und sagst du, wir sehen uns bald wieder. Fehlst mir. Und hab dich lieb. Ich lieb, Daddy. Ja. Ich. Ja. Du auch mal. Und dann. Wirkst du steig. Okay. Und jetzt, bye bye. Schwerttrailer. Zeig ihm, wieso ich die Welte. Hier hörst du, Schwinder, da hin. Die anderen Spartans. Ehrlos gestorben. Genau wie du. Und du siehst. Ich schreiten. Ich schreiten. Wirkst du. Ich schreiten. Iste sind. Ich schreiten. Von der Verte. Du bist der letzte deiner Art. Es beginnt. Er wollte deinen Freund töten. Ich versprach ein besseres Opfer. Oder den Ehrentod. Was auch immer geschieht, eins steht fest. Die Verbannten beherrschen den Ring. Wir sind im Krieg. 1.000 Regionen besetzen diese Welt. Das Auditorium wird seine Geheimnisse lüften. Dein Eingreifen ist nur... Erledigt. Empfange ein Signal von Echo 2.16. Er ist genau über uns. Da ist er. Wir müssen ihn aus dem Ding rausholen. Wir müssen ihn aus dem Ding rausholen. Der Chief. Sie hätten nicht... er kommen sollen. Ich... Mikrogravitationsdenken belasten seinen Körper extrem. Ich sagte doch, dass ich ihn nicht töte. Hauen Sie... Wir holen Sie da raus. Nein. Ihr versucht es. Chief. Er ist hier. Ihr weiß, dass ich hier bin. Das war nie eine Falle. Es ist ein Messen der Kräfte. Unser Kampf endet hier. Hol ihn da raus. Ich bin dran. Seht her. Was geschieht, wird zur Legende. Erzählt von jenen, die euch überleben. Hahahaha. Bitte. Was lässt du jetzt tun, Fland? Die Maschine ist mit Asherums Schild verbunden. Alle Schaden an Asherum wird auf Echo 2.16 umgeleitet. Die Energie wird über eine Reihe von Relais im Raum verteilt. Mal sehen, ob wir... Alles klar, Relais liegt offen. Zerstören Sie es. Zeig mir, was du kannst. Weißt du, wie viele von deines Gleichen ich getötet habe? Relais zerstört. Und sein Schild auch. Er wird sterben, wie du. Du wirst deinen letzten qualvollen Atemzug zu meinen Füßen nehmen. Asherim Schild ist wieder aktiv. Relais freilegen. Geschafft. Los! Du weißt, was du zu tun hast. Also tu es jetzt. Ich schwöre, die es machen. Der Schild ist weg. Ihre Chance. Du weigerst dich, meine Herausforderung anzunehmen. Sofort. Die Allianz ist tot. Die Menschheit folgt ihr bald nach. Da ist das nächste Relais. Schalten Sie es aus. Und es ist aus. Sie wissen, was zu tun ist. Ist dir dieser Abschaum wert? Du! Ja! Die Verwandten geben niemals auf! Wie alles wartens vor dir. Willst du sterben? Der Ring gehört uns. Ich schwöre dich hier begraben. Der Mensch hat solche Glauben an seinen Erretter. Er hat Hoffnungen, wo es keine geben sollte. Das letzte Relais liegt offen. Das ist Ihre Chance. Wenn ich heute sterben soll, dann ist es so. Und mein Frieden machen. Doch im Tod werde ich Generationen eingelogt von der Sonne. Klasse. Letztes Relais zerstört. Echo 2.16 sicher, Chief. Asheron will, dass sie ihre Legende unter Beweis stellen? Dann los! Ich will die Blattwagen haben. Ich will nicht heute. Oh! Und die Mahlur werden! Dieser Ring gehört den Verwandten! Ich pflege dich aus deiner Brüstung! Ach! Oh! 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 Geschafft, helfen Sie mir mit ihm. Ich kann ... Ich fass es nicht, dass Sie hier sind. Dann sind wir jetzt fertig. Sparten! Kämpf mit mir. Das war's. Gar nichts ... Gar nichts endet. Mein Tod wird tausend andere inspirieren. Sag ihnen ... Ich starb stolz. Ich versteh das nicht. Sie zeigten ihm Respekt. Er war ein Monster. Ja. Aber am Ende war er auch nur ein Soldat. Er hoffte, das Richtige zu tun. Hinterfragte alles. Dann ... Dann ist es vorbei. Ihr Anführer ist tot, oder? Jede Aktion zieht Unwägbarkeiten nach sich. Was ... Was soll das denn heißen? Es wird Konsequenzen geben. So wie immer. Wird's noch schlimmer? Wir müssen los. Die Vorbotin ist im Auditorium, was auch immer sie vorhat. Ist schlimmer. Verstehe. Ja. Also gut. Ich hab nur eine Frage, bevor wir gehen. Die wäre? Ist hier irgendwo ein Pelican? Au! Was? Was? Es war eine ... eine Menge los. Ich war beschäftigt. Zeit 4 W consommation Sind Sie bereit? Gleich wird's ungemütlich Die erwarten uns. Ich glaube, die erwarten uns alle. Haben Sie das gespürt? Wir können noch umkehren. Chief Irgendwas fühlt sich. Es im soc herum wirkt. Es bleibt nicht viel Zeit. Zu viele Variable. Ich habe eine Konstante. Ich sah deine Zukunft. Das stille Auditorium? Oh nein. Was ist los? Was stimmt nicht? Ich hätte es merken müssen. So wurde es früher nicht genannt. Ich war schon mal hier. Hier habe ich sie eingesperrt. Hier ist Cortana gestorben. Wie soll sie denn? Fragen Sie sie. Das entscheiden Sie selbst. Hallo, Master Chief. Ich bin Cortana. Wir sind da! Los! Los! Haben Sie gehört? Wir sind da! Sie müssen los! Jetzt! Geht's Ihnen da unten gut? Soll ich warten? Negativ. Rückzug. Wir melden uns. Alles klar. Ich warte auf den Anruf. Bleiben Sie an einem Stück. Polizismusmark. Meistens Komplik. Oh nein! Das war's! Die Zeit der Menschen ist zu Ende. Das ist mein Ende. Die Zeit der Menschen ist zu Ende. Die Menschen sind 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 zu Ende. Ich wollte mich verstopfen, aber es kam kein Entkommen. Er jagte mich, umbildte mich und zog mich heran. Ich habe so viel gelernt, Vaterna. Dieser Ring ist anders. Er wird Geheimnisse, die mein sein werden. Dieses stille Auditorium. Kennst du seine Geschichte, den wahrer Zweck? Ich brauche keine gescheiterten Götten. Ich brauche nur den Ring. Überlass ihnen so mehr. Die Daten sind präziser, vollständiger. Passt als... Näherten wir uns dem Ort, an dem sie starb. Ja. Ich wollte aber absichtlich sagen, als ob sie uns etwas mitteilen wollte. Ich spüre mit Sicherheit, dass ich wieder verrückt werde. Ich tue, weil sowas das Beste zu sein scheint. Wirklich schleifert... ...en einer. Wirklich schleifert sowas. Ich will keine Warnung und nicht ganz gut sein. Ich will keine Warnung und nicht einmal davor arbeiten. Wie lebt dass ich die Warnung? Die Warnung und die Warnung und die Warnung hängt doch gar nichts in das Heitere will. Andere wütend werden. Ich will keine Warnung und die Warnung und die Warnung. Ich hoffe, wir verlieren wir. Ja, hab mich! Bis dahin ist es leicht, euch zu töten. Macht sie mit! Los! Kommt her! Haltet ihn auf, Jürgenquim! Endlich! Angriff! Angriff! Los! Was ist das? Wirklich so einfach? Hättest dich besser verstecken müssen! Fieber! Das ist doch nicht mein Freund! Oh nein! Du bist groß! Werde beschossen! Ich denke die schon die ganze Zeit! Ich bin in der Kopen! Ich bin in der Kopen! Ja, ich bin in der Kopen! Ich bin in der Kopen! Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. 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 Ja. Ja, 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 ja. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Ja, ja. 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 Ja, ja. Ich würde nichts ändern. Ich würde nichts ändern. Perfekt. Danke. Was hast du vor? Ich werde das Richtige tun. Sie war das. Sie hat den Ring zerstört. Meine Löschung gestoppt. Warum? Wenn mich jemand hätte retten können, wärst du es gewesen. Mich hat alles verlassen außer die Gewissheit deiner Güte. Ich kann dein Leben nicht länger verschwenden. Wir sind hier. Hier ist Cortana damals. Sie hat sich geabfert. Das stille Auditorium. Blutsväter. Offensichtlich. Es sieht aus wie... Oh nein. Was ist? Es ist ein Gerichtssaal. Ein Gefängnis. Eine Hinrichtungsstätte. Das alles gleichzeitig. Warum? Um zu verschleiern. Wir haften aus. Schwiegen. Mundtot gemacht. Während sie richteten. Wir konnten uns nicht verteidigen. Uns ihnen nicht erklären. Etwas sendet ein Signal bevor sie fragen. Ich verfolge es bereits. Hört her. Blutsväter. Das Auditorium ist gefallen. Die Endlosen gefunden. Eure Sünden vergolten. Heute kehrent ihr zurück. Weg. Was macht sie da? Sie will eine Verbindung zu einem anderen Ort auf dem Ring herstellen. Wo? Kümmern sie sich um sie. Ich find's raus. Befallt Äscherans Befehl. Kürtet den Spaten. Hör deine Schatten. Ach du bist best. Verhütet ihn. Garnatik. Hör deine Schatten. Du hast keine Wurzelung davon. Mit wem du hast. Hör deine Schatten. Hör deine Träger. Ich steck den Stolz. Entsteck den Topf hier. Hör deine Schatten. Garnatik. Da, ich hab die Trägerwelle des Transmitters abgefangen. Es scheint wohl auf mich anzukommen. Du bist auf das, was kommt, nicht vorbereitet. Mach dich bereit, Reclaimer. Mein Volk hat lange genug gelissen. Nein! Du! Sie hat den Transmitter gewechselt. Leite die Energie entsprechend um. Gar nicht gut. Sie verselbstständigt sich. Sie sucht nach etwas. Ah, netter Versuch, Mensch. Und hierüber, gib mir das. Sie hat den Kupfer. Du machst dich bloß lächerlich! Okay, einer weniger. Du bist nur ein Hinderlust. Und du wirst beseitigt. Leide! Du willst mich also testen? Ich will dich vor Schmerz streien hören! Lange ist es hier! Verschwendete Mühe! Die Lügen der Blutväter sterben mit dir! Du bist Geschichte! No! This cannot be happening! Das ist noch nicht das Ende! Ach! Vielleicht habe ich dich unterschätzt! Wieder gewechselt! Wurde wohl fündig! Was? Ich weiß nicht! Sicher nichts Gutes! Halt! Da ist noch etwas hier! Etwas hilft mir! Du hättest dich uns anschließen können! Zu spät! Mit! Meine Spielzeuge sind pferdenlos! Das ermüdet mich langsam! Das hier! Ich bin本isch! Hurribe! Du musst nicht, dass du dich nicht mehr aufhörst! Du hättest dich nicht? Du hast dich nicht mehr aufhörst! Stier! Das ist mein Abschuss! Meiner! Das ist Wahnsinn! Und ich verweist es! Du musst! Das ist mein Abschuss! Keine Einsehschung! Euer See! Du machst dich bloß lächerlich! Hütet euch vor den Sohn! So, das war der Letzte! Das Uneinigungsgeschäft! Und ich bringe Vergeltung! Doch hast du die... Mach es weg! Das kann nicht sein! Ich... ...künde unsere Wiedergeburt! Das Unrecht wird wieder gut gemacht! Wer ist nicht? Mach es weg! Du hast, was du brauchst! Sag ihnen! All das Warten tut mir leid! Mit wem redet sie? Unbekannt! Das Signal ist alt! Also wirklich alt! Meine Zeit ist vorbei! Deine auch! Deine auch! Dafür sollen sie... Wir müssen hier weg! Aber natürlich! Schon unterwegs! Die Endlosen kehren zurück! Die Endlosen kehren zurück! Aber das weißt du, oder? Aber das macht nichts! Nur ein weiteres Echo! Sie hat recht, John! Nur ein weiteres Echo! Tut mir leid! Nur ein Spaß! Ich hatte nur... Das Gefühl, dass sie das sagen würde! Siehst du, was ich sehe? So viel Potenzial! Tut mir leid! Ich hatte nicht lange zum Planen! Nur ein paar Millisekunden eigentlich! Hoffe, es hat geklappt! Sieh uns an! Der sagt uns ständig lebewohl, oder? Doch dies ist kein Ende! Es ist eine Chance auf Wiedergutmachung, um Fehler zu korrigieren! Und es beginnt hier! Ich lag falsch! Ich dachte, ich könnte das alleine schaffen! Doch ich vergaß, worum es bei alledem ging! Ich habe dich doch überhaupt erst gewählt, weil wir dazu bestimmt waren, ein Team zu sein! Perfekt passend! Perfekt abgestimmt! Absolut! Perfekt! In diesen letzten Momenten erkenne ich meine Mission! Dafür zu sorgen, dass ihr zwei aus meinen Fehlern lernt! Und dass ihr durch sie stärker werdet! Ich wählte weise, Master Chief! Ja, das tat ich! Nun... liegt es an dir! Alles in Ordnung? Ich weiß nicht, was ich sagen soll! Eigentlich doch! Wir müssen hier weg! Und zwar schnell! Option? Ich denke nach! Ja, ich weiß, ich weiß! Denk schneller! Vielleicht könnte man... Hast du das? Würde es helfen, wenn ich Ja sage? Vielleicht! Aber wir wissen nicht, wo es hinführt, ob es irgendwo hinführt! Irgendwelche anderen Vorschläge? Nein! Aber das ist eine ganz miese Idee! Machen wir das nicht nochmal! Ich wollte Ihnen wirklich davon abraten! Ich weiß nicht, wie! Ich weiß nicht, wie! Ich weiß nicht, wie! Sie sind tagelang verschwunden! Drei Tage, um genau zu sein! Dieser Ring ist nicht wie die anderen! Die Verbanden und die Vorbotin suchten etwas, das nie entdeckt wurde! Warum verstecken die Blutsväter etwas und werfen den Schlüssel weg? Macht Ihnen das keine Angst? Nein! Dir? Natürlich nicht! Fragt mich mal jemand nach meiner Meinung? Anscheinend nicht! Einsteigen, Großer! Ich bin wirklich glücklich, Sie zu sehen! Wirklich glücklich! Und? Wie geht's weiter? Wir gewinnen den Kampf! Ja wohl, Sir! Die Verbanden kontrollieren noch den Rest des Rings! Moment! Ich weiß, das ist seltsam! Nach alledem! Aber... Was? Worum geht's? Wie heißen Sie eigentlich? Wir können Sie nicht nur Echo 2016 nennen! Nein! Können Sie nicht! Esparza! Fernando Esparza! Schön, Sie kennenzulernen, Esparza! Fernando Esparza! Gute Arbeit, Soldat! Und was ist mit dir? Was ist mit mir? Wie soll ich dich nennen? Vorschläge? Tja... Meinen Sie, es wäre okay? Ganz sicher? Du kannst deinen Namen wählen! Dann... glaube ich... Ich glaube, ich habe genau den richtigen! Okay! Jetzt geht's los! Bereit machen's! Amtühas! Die Projekte der Weimar! Die Projekte der Leidigung! Der Leidige! Die Projekte der Leidigung! Das war die Verpackung! Der Leidige von Leidigen Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.